Das wird das schlimmste Weihnachten ever. Komm Sturmi, wir ziehen an. Jetzt wartet doch. Oh man. Was zum Teufel? Was ist das? Dun- Z- Jungs? Jungs, wartet. Ich habe einen Hinweis gefunden. Das ist ja ganz toll für dich. Jetzt wartet doch kurz. Ich bin in zwei Minuten unten. Moin, Bertmann. Moin, Peter. Wartet kurz. Hier, schaut mal. Ja, schön. Eine Visitenkarte. Das ist ein Wischmob. Na und? Hast du vor, deine Wohnung endlich mal auf Vordermann zu bringen? Haha. Wer auch immer meine Bude ausgeräumt hat, muss diese Karte verloren haben. Ach, gib doch einfach zu, dass du Weihnachten vergessen hast. Nein, habe ich aber nicht. Und ich werde es euch beweisen. Wir erstatten jetzt sofort Anzeige bei der Polizei. Wie, ja? Beide werden jetzt essen gehen. Meld dich, wenn du deine Show beendet hast. Aber, Jungs, Taxi! Ha? Indy? Was ist los? Was machst du denn da? Das ist der Beginn eines riesigen Abenteuers. Indy? Hä? Ernsthaft? Da räumt ihr mir die komplette Bude leer. Und ausgerechnet dich lassen sie hier. Ha! Ich werde immer zu dir halten. Na, wenigstens einer. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann! Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. 不是故 Publikum. Oh Mann. Oh Mann.